Hallo zusammen, liebe Weltbild-Familie. Das ist das Buch. Es ist draussen und erzählt viele Geschichten über mich. Ich erzähle dir noch mehr über die Entstehung und alles um das Buch. Und zwar am 10. November im Pilatusmarkt in Kriens. In der Weltbild-Filiale haben wir einen Talk. Es fällt um halb ein an. Am 10. November. Ich schreibe vorbei und mehr über das Buch erfahren.